Hallo, wir sind Inselmilieureportage, ein multimediales Reportageprojekt aus Wien. Mein Name ist Julia Breitkopf und ich bin Jana Mack. Regelmäßig tauchen wir in unterschiedliche Lebenswelten ein und wenden uns an alle, die sich durch multimediale Geschichten aus ihrer Filterblase wagen wollen. In einem Themenschwerpunkt beschäftigen wir uns nun mit der Vielfalt jüdischen Lebens in Wien. Wir haben an uns selbst beobachtet, dass wir im Alltag kaum mit Jüdinnen und Juden in Kontakt kommen und das, obwohl kaum eine andere europäische Stadt so eng mit der Geschichte jüdischen Lebens verbunden ist. Das mediale Bild von Jüdinnen und Juden ist immer noch stark von Klischeevorstellungen und Vorurteilen geprägt. Wir wollen dem antisemitischen Bild, das durch Corona-Demonstrationen und in Telegram-Gruppen wieder stärker sichtbar geworden ist, vielfältige Bilder der jüdischen Realität entgegensetzen. In einer Deep-Dive-Folge tauchen wir dann noch tiefer in das Thema ein. Gemeinsam mit MedienwissenschaftlerInnen setzen wir uns mit der Darstellungsweise von Juden und Jüdinnen und der Rolle der Medien dabei auseinander. Mithilfe der ExpertInnen thematisieren wir aktuelle Forschung, wir analysieren Beispiele und wir hinterfragen auch unsere eigene Rolle als MedienmacherInnen. Neben der Podcast-Reportage und der Deep-Dive-Folge werden wir auch eine Fotoreportage veröffentlichen. Ziel unserer multimedialen Berichterstattung ist es, diverse Personen und unterschiedliche Perspektiven aufzuzeigen.